Warum ich keinen Beitrag mehr zur bestehenden Pandemie bringe? Weil sich eh jeder für die eine oder andere Seite entschieden hat. Unentschlossene gibt es kaum noch. Welchen Sinn macht es also informieren zu wollen? Keinen. Die Situation wird sich so oder so entwickeln. Was dabei herauskommt, ist offen. Jede folgt seinem Gewissen und das ist gut so.